So, kommen wir zum Fazit. Was ist das beste PC-USB-Oszilloskop von den vier verschiedenen, die wir analysiert haben? Nun, naja, die Aussage ist wieder, es kommt darauf an. Es kommt vor allen Dingen darauf an, was man eigentlich machen möchte. Wenn es um Geld geht und so billig wie möglich sein muss, dann ist es sicherlich die Soundkarte. So, dazu muss man aber eins sagen, die Soundkarte kann eben auch wirklich nur im Bereich der hörbaren Sprache, Musik, der hörbaren Signale irgendwie vernünftig arbeiten. Selbst wenn man auch nur leicht über die Grenze hinausgehen möchte. Also, wenn man nur mal gucken möchte, was macht denn das Ding so bei 20 Kilohertz und wie fällt dann die Flanke ab, ist es schon völlig untauglich. Nichtsdestotrotz, wenn man nur mal so bei einem Kilohertz ein bisschen spielen möchte, ein bisschen was lernen möchte, vielleicht auch sogar programmieren möchte, dann ist das ein gutes Tool. Ich würde sagen bis 10 Kilohertz, na R5, also da wo wir so sprechen, Musik hören und so weiter und es noch angenehm ist, da kann man mit dem Ding ganz gut arbeiten. Drüber hinaus wird es schwierig. Ansonsten gibt es natürlich eine Menge Software und man kann viel, viel, viel damit machen. So, was haben wir noch? Dann haben wir natürlich hier als quasi krasses Gegenstück das Bitscope Micro, dieser kleine Stift hier. Was das Teil hier auszeichnet ist, dass es hier ja ein 8-Kanal-Logikanalysator im Prinzip ist, den man bis in den, naja, Megahertz-Bereich sicherlich gut verwenden kann und gut gebrauchen kann. Nachteil war, dass es nicht immer ganz einfach war, mit dem Ding zu triggern, gerade auch wenn es um Logix-Signale ging. Nachteil ist auch, dass er nicht ganz hält, was er verspricht. Ich gucke hier nochmal drauf. Was sagt denn eine Bandbreite von 20 Mega-Samples pro Sekunde, Analog Capture? Damit müsste eigentlich bis 10 Megahertz ganz vernünftig arbeiten können. Das habe ich nicht hingekriegt. Vielleicht war ich auch einfach nicht erfahren genug dafür. Also ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, das Ding. Auf der anderen Seite, wenn man es günstig kaufen kann, bei Fanel beispielsweise gibt es das für unter 40 Euro, ist das natürlich das nächst günstige Teil. Wenn man das beim Konrad kauft, dann kostet es 140 Euro oder so um die Ecke. Dann ist es natürlich schon teuer und spielt auch in einer anderen Liga mit. Aber es ist natürlich auch das einzige Ding, mit dem man einen 8-Bit-Datenbus komplett untersuchen könnte. Mit nichts anderem wird man das hier schaffen. Das nächste hier, Handtec 6022BE. Das hat dann schon mal so einen Ansatz hier auch von Signalgenerator. Noch mal kurz zurück hier. Auch das hat so etwas wie einen AWG, Avitary Waveform Generator mit drin. Ansonsten ist es streng ein digitales Sampling-Oszilloskop. Läuft unter Linux auch, wie alle anderen Sachen eben auch. Unter Linux aber nur mit einer Open-Source-Software. Entweder für das Digital Sampling-Oszilloskop, das Open Handtec oder Sigrock PulseView für die Signal-Protokoll-Analyse. Auch hier habe ich es nicht hingekriegt, die 10 MHz Bandbreite wirklich komplett auszunutzen. Hier steht sogar 20 MHz, also da bin ich schon mal gar nicht hingekommen. Auch da verspricht das Gerät wieder mehr, als es halten kann. Kostet bei Amazon so um die 60, 70 Euro. Wenn Sie das als die Variante auch von Conrad kaufen, die Voltkraft DSO 20, glaube ich, dann sind Sie auch da wieder bei 140 Euro. Also spielt es wieder in der gleichen Liga. Protokoll-Analyse ist mit dem PulseView sehr, sehr umfänglich möglich. Es sind sehr, sehr viele Protokolle hinterlegt in dieser Open-Source-Software. Also dafür tauglich. Signal-Analyse, ja, möglich. Analoge Signal-Analyse, möglich. Schwierig. Der Generator hier ist auch nur sehr rudimentär verwendbar. So, mein persönlicher Favorit, das gibt es aber tatsächlich nur für die genannten 140 Euro mit der Bandbreite von 10 MHz, die auch wirklich da ist. Und wir gesehen haben hier das Picoscope 2204A. Eine professionelle Software, die aber nicht Open-Source ist. Auch das muss man ganz klar betonen. Ein wirklich nutzbarer Arbitrary Waveform Generator bis in die 100 KHz rein. Mit ein paar Tricks auch sicherlich noch ein bisschen höher. Wie gesagt, Messung, Bandbreite bis zu 10 MHz, das haben wir gezeigt. Gut verwendbar, Protokollanalyse auch möglich. Eine ganze Menge Protokolle zur Analyse hinterlegt. Das hat alles funktioniert. Das einzige Oszilloskop hier in dem ganzen Spiel, das auch wirklich AC und DC-Kopplung hat. Also womit man DC-Signale messen könnte, wie mit einem normalen Oszilloskop und auch AC-Signale. Also den DC-Anteil rausfiltert. Alle anderen sind entweder DC-Koppelt oder die Soundkarte ist inhärent AC-Gekoppelt. So, damit sind wir hier am Ende. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, was man eigentlich haben möchte. Wenn man acht Kanäle braucht, dann führt nichts am Bitscope Micro vorbei. Wenn man etwas haben will, was analog, digital kann und dann eben auch in den mehrere Megahertz Bereich reingeht, wäre es das Picoscope. Wenn man nur mal ein bisschen spielen möchte, wäre es die Soundkarte. Ja, und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ein bisschen unterstützt zu haben bei vielleicht einer Kaufentscheidung oder so was.